Man kann es nicht mehr schönreden. Deutschland steckt fest in der Rezession. Das Land, das lange für Effizienz und für Wirtschaftskraft stand, muss zusehen, wie fast alle Nachbarn bessere Leistungen vorweisen bei Wachstum und Innovation. Es geht an die Substanz, die Infrastruktur ist veraltet. Ein Beispiel, das Bände spricht, die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden, wo es die Tragfähigkeit für eine herausfordernde Zukunft. Der Umbau der Industrie stockt, die Umstellung auf klimaneutrale Produktionsverfahren dauert. Warum? Tun die Unternehmen nicht genug oder bremst die Politik der Ampelkoalition den Innovationswillen aus? Wir analysieren die Gründe und diskutieren, was jetzt passieren muss. Unsere Frage, Dauerrezession und Ampelstreit, wie kommt Deutschland aus der Krise? Herzlich willkommen bei Auf den Punkt. Ich freue mich sehr, Ihnen meine Gäste heute vorzustellen. Daniel Friedrich Sturm, Leiter des Hauptstadtstudios des Berliner Tagesspiegel. Herzlich willkommen. Und John Kampfner, britischer Journalist und Bestsellerautor. Aktuell arbeiten Sie an einem Buch über intelligente Lösungsansätze für die großen Fragen unserer Zeit. Schön, dass Sie hier sind. Und Valerie Höhne, Journalistin und leitende Redakteurin für das Dossier der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen, auch Ihnen. John Kampfner, Sie haben vor vier Jahren ein großes Kompliment den Deutschen und dem Land gemacht. In Ihrem Bestseller Why the Germans do it better, also warum die Deutschen es besser machen, da war die Rede von einem Bollwerk aus Anstand und Stabilität. Würden Sie das immer noch so sehen und so schreiben? Ich glaube, ich bin jetzt, ich gehöre zu einer ganz kleinen Minderheit von Leuten, die Deutschland loben. Besonders hier im Lande. Der Ruf von Deutschland ist immer noch höher im Ausland. Ich erinnere mich daran, wann war das, 1999 bei der britischen Zeitschrift, internationalen Zeitschrift Economist. Und die haben Deutschland als Sick Man of Europe genannt. Und danach haben die Deutschen mir gesagt, ja, sehen Sie, wie schlimm das bei uns gibt. Also, ich halte für die Situation jetzt ganz im Ernst, ganz schwierig zu sein. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Im Auslandsbereich auch. Aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen Selbstkritik und ein Rezept zu finden, das besser zu machen. Und das, was ich auf immer nennen als deutsche Jammern. Ich habe nie in meinem Leben hier in Deutschland oder mit Deutschland gehört, den Ausdruck, ja, es geht uns gut. Wenn es auch sehr gut ging zu der Zeit. Und ich glaube, dass dieser Pessimismus, das hat einen Beitrag auf der Politik. Also, man muss, und wir werden darüber reden, was für praktische Lösungen zu finden. Aber man muss, ich glaube, den Kontext ein bisschen setzen. Es gibt kein Land in Europa, worum es gut geht zurzeit. Gleichzeitig, Daniel Friedrich-Sturm, sagt der Kanzler auch, habt ihr jetzt bitte mal nicht so üble Laune. Finden Sie das gerechtfertigt? Na gut, dass ein Kanzler die Lage eher schön als schlecht redet, finde ich verständlich und ist berechtigt. Aber das Grundproblem in Deutschland ist, glaube ich, dass wir gar keine richtige Analyse unserer Lage machen. Also, wie steht es um Deutschland? Und vor allem, wo wollen wir eigentlich 2030 oder 2040 stehen? Und da macht Herr Scholz leider denselben schweren Fehler wie seine vorgängerin Angela Merkel. Er hat im Wahlkampf 2021 im Grunde ein Versprechen gegeben, das lautet, Da draußen sind so ganz schlimme Dinge wie Globalisierung, Entstehung von künstlicher Intelligenz, die Herausforderung der Demografie, der Aufstieg autoritärer Führer und so weiter. Ihr müsst euch aber nicht sorgen, ich kümmere mich und es wird sich auch nicht groß viel ändern. Das ist spätestens mit dem 22. Februar 2022 und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine über Bord gefallen, dieses Versprechen. Und der Kanzler hat ja auch dann eine bedeutende Rede gehalten, aber es ist daraus ja nicht viel gefolgt oder zu wenig gefolgt. Und ich habe den Eindruck, dass, wenn Sie etwa jetzt auf die Rentenpolitik gucken oder auf das Thema Gesundheit oder die Frage, wie soll eigentlich Deutschland sich als Industriestandort bewähren, es keine klare Analyse der Regierung gibt, geschweige denn eine Vision. Und wenn der Kanzler sagt, er wolle für jeden Industriearbeitsplatz kämpfen, frage ich mich, warum eigentlich für jeden? Das ist doch gar keine Ansage. Wir wollen doch aus der Braunkohleversorgung, so viel ich weiß, aussteigen. Und der Kanzler müsste eigentlich mal formulieren, wo das Land hin will, aber es ist eben, wie diese Koalition eben so ist. Es ist immer ein Step by Step, es wird immer bis Montag nächster Woche gedacht und das ist ein großes Problem für dieses Land. Wir haben ja jetzt noch 40 Minuten für Analyse. Da zähle ich auf Sie, Valerie Höhle. Wie würden Sie denn sagen, wie tief ist die Krise? Also um es vorauszuschicken, wir haben ja jetzt zwei Jahre Folge Rezession, das ist eher ungewöhnlich für Deutschland. Absolut. Und ich glaube, die Krise ist schon da. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe für die Krise und es gibt unterschiedliche psychologische Komponenten davon. Also auf der einen Seite haben wir diesen Pessimismus, der mit einer tiefen Verunsicherung aber inzwischen einhergeht, was ja dazu führt, dass die Wirtschaft sich nicht traut zu investieren, dass die Menschen nicht trauen, Geld auszugeben, was auch dazu führt, dass die Konjunktur schwächelt. Also ich glaube, diese psychologische Kompulente ist sehr, sehr wichtig, vor allem in Deutschland, in einem Land, was Stabilität eigentlich so sehr liebt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem von Olaf Scholz, dass er ja, wie Daniel Sturm richtig sagt, angetreten ist mit dem Versprechen, ich stehe für Stabilität, aber auch für ein bisschen Veränderung, für so eine flankierende Veränderung. Und diese, das hat er überhaupt nicht geschafft, in der Ampel zu vermitteln, ja, wir müssen uns ein bisschen verändern, wir müssen in diese Transformation reingehen, aber wir machen das sozial flankiert. Das hat ja mit dem Heizungsgesetz spätestens, als Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, gesagt hat, wir müssen die Heizung umbauen hin zur Klimaneutralität, war das spätestens vorbei, weil die Menschen wirklich Angst bekommen haben. Und ich glaube, dieser Moment, das war wirklich ein entscheidender Moment in der Ampel, wo die Bevölkerung das Vertrauen in diese Regierung verloren hat. Und dann schauen wir uns mal an, was danach dann noch alles passiert ist, was auch immer wieder wahrscheinlich in diese selbe Kerbe dann schlägt. Denn eigentlich lief es zehn Jahre lang gut für Deutschland. Die Zeit wurde, so kann man es wahrscheinlich schon sagen, nicht genutzt, um das Land zukunftsfest zu machen. Und jetzt gibt es viele Baustellen, ausgerechnet da, wo Deutschland eben mal bewundert wurde, für solide Infrastruktur oder erfolgreiche Industrie. Da hält Deutschland einfach nicht mehr, was der Ruf noch versprecht. Die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden. Sie wird zum Sinnbild für die marode Infrastruktur in Deutschland. Überlastet das deutsche Schienennetz. Dass die Bahn unpünktlich ist oder gar nicht fährt, daran haben sich die Deutschen schon fast gewöhnt. Nun heben auch weniger Flugzeuge ab. Luftverkehrssteuer und Kosten für die Flugsicherung haben sich seit 2020 verdoppelt. Spitzenwert in Europa kritisiert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die Industrie? ThyssenKrupp mit Europas größter Stahlproduktion in Duisburg sollte Vorzeigeprojekt für eine klimaneutrale Wirtschaft werden. Doch davon droht der Konzern abzurücken, trotz zwei Milliarden Euro Subventionen vom Staat. Grüner Wasserstoff ist teuer und steht noch nicht ausreichend zur Verfügung. Tausende Arbeitsplätze sind gefährdet. Auch VW steckt in der Krise, teils selbst verschuldet. Deutschlands wichtigster Autobauer hat den Umstieg auf Elektromobilität um Jahre verschlafen. China ist weit voraus, auch mithilfe staatlicher Subventionen. Nun drohen Jobabbau und Werksschließungen in Deutschland. Wie abgebrannt ist das ehemals bewunderte Wirtschaftswunderland. Daniel Friedrich Sturm, rechnen Sie damit, dass diese Dauerrezession uns jetzt weiter begleitet? Naja, also die Regierung hat ja einen 49-Punkte-Plan im Petto. Und die Optimisten sagen, dass das zu einem halben Prozent Wachstum führen könnte. Aber das ist natürlich sehr bescheiden und das kann natürlich eigentlich nicht genügen. Ich fürchte, dass uns diese Rezession noch ein wenig begleiten wird. Und ich glaube, Frau Höhner hat recht, dass es natürlich sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Auf den deutschen Sparbüchern ist ja durchaus Geld, aber die Deutschen mögen eben auch ihre Sparbücher. Ich glaube, in einer anderen wirtschaftlichen Stimmung würde auch mehr konsumiert, was der Wirtschaft natürlich gut täte. Aber mein Grundproblem ist einfach, dass wir, glaube ich, immer noch nicht begriffen haben, dass sich Deutschland sehr wird verändern müssen, wenn wir dieses hohe Niveau an Wohlstand und das hohe Sozialniveau bewahren wollen. Aber das Problem daran ist doch, dass wenn man diese Veränderung angeht, dann reagiert die Bevölkerung derart verunsichert, zumindest in den vergangenen Jahren, dass sie anfangen, populistisch zu wählen. Natürlich ist das nicht nur wegen der Veränderung, aber es ist auch Teil davon. Also ich finde, das ist tatsächlich ein Dilemma für die Politik. Wie soll man Veränderung gestalten, wenn die Bevölkerung veränderungsunwillig ist? Aber das ist ja nicht ein deutsches Problem, John Kampner. Das ist ja eine europäische Frage, das müssen wir alle machen. Das ist eine weltweite Tendenz, sogar in den Staaten. Also die Bedürfnisse für Deutschland und für verschiedene Länder gehen in diese Richtung und die Politik in die andere. Und zwar die Leute, die suchen ganz einfache Lösungen zu Problemen. Alles hängt mit Migration davon. Und ich erinnere mich vor 10, 15, 20 Jahren bei Tony Blair, bei Gerhard Schröder und bei anderen. Die waren mehr oder weniger ganz im Ernst mit der Bevölkerung. Wir müssen vieles, vieles ändern. Aber jetzt, das Wort Globalisierung ist wie ein Schimpfwort geworden. Und es ist wirklich schwierig. Es gibt, man muss wirklich ehrlich zu der Bevölkerung sein. Es gibt sehr viel, das man nicht kontrollieren kann. Und zwar Wachstum in China und Deutschland ist viel mehr als andere davon abgehängt. Die Situation in den Staaten, Verhältnisse zwischen USA und China und was mit Taiwan geschehen wird und so weiter. Aber hier bestimmt in Deutschland gibt es besondere Probleme. Also die Digitalisierung sollte, also erste Priorität für diese Ampel. Ich erinnere mich an den Vertrag zu der Zeit und ist ganz wenig davon geworden. Geschwindige, also Broadband-Geschwindigkeiten hier sind langsamer als in Albanien. Es ist wirklich hier, also man muss viel, viel hier ändern. Also ich finde es immer, nicht witzig, sondern ärgerlich, immer mit bar zu bezahlen, diese Datenschutz-Sobsession und so weiter. Deutschland sieht in vielen Bereichen, nicht in anderen, als ein ganz altmodisches Land und Gesellschaft. Aber ich glaube, dieser paternalistische oder am Ende auch autoritäre Ansatz zu sagen, wir sagen den Leuten nicht so richtig, wie die Lage ist, der passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Also Herr Scholz sagt ja immer Besonnenheit, Gelassenheit, Zuversicht. Es wird sich nichts ändern. Ich glaube, die Menschen in diesem Land merken doch, dass sich was ändern muss und dass sich was ändern wird. Und sie sind ja auch schon Teil dessen. Und da fände ich es wesentlich glaubwürdiger zu sagen, wir müssen uns ändern. Wir müssen zum Beispiel wieder perspektivisch mehr arbeiten. Mit Work-Life-Balance und 32-Stunden-Woche wird es nicht funktionieren. Können wir dieses hohe Niveau an Wohlstand nicht garantieren? Da muss sich was ändern. Und dann kommt immer das Gegenargument, naja, aber wir müssen, um die Populisten zu bekämpfen, müssen wir mehr Geld ausgeben. Naja, die USA geben deutlich mehr Geld aus, da habe ich den Eindruck, sind die Populisten noch ein bisschen wichtiger. Aber schauen Sie nach Frankreich. Der Macron, er war ganz im Ernst und ganz deutlich zu der Bevölkerung. Wir müssen das und das und das mit der Rentenreform und so weiter. Und das war so unpopulär. Ja, ich bin völlig, 100 Prozent Ihrer Meinung, aber im schmutzigen Politik, das hat ein anderer Rhythmus. Aber nehmen Sie jetzt Macron als Positivbeispiel. Also Frankreich steht besser da, klar, aber da sagen dann zum Beispiel Autobauer wie VW und auch andere, ja, die haben halt auch Atomstrom im eigenen Land. Also ich würde gerne mal so ein bisschen an diese Knackpunkte kommen. Sie haben eben schon von den Arbeitsplätzen auch gesprochen, wir müssen nicht jeden erhalten. Wir reden jetzt auch bei VW darüber, dass 120.000 Beschäftige an zehn Standorten sich jetzt akut Sorgen machen. Das hat es irgendwie fast 90 Jahre nicht gegeben. Das sind natürlich Bastionen. Das ist auch was, was zum Selbstverständnis dazu gehört. Die Frage ist, was kann bleiben, was muss sich verändern? Vielleicht beginnen Sie an dem Punkt. Ich glaube zum Beispiel die Stahlindustrie. Die Stahlindustrie ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn die Stahlindustrie klimaneutral werden soll, das soll sie werden, muss man in Wasserstoff investieren. Das ist so. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn RWE sagt, sie können es aber nur machen, wenn sie subventioniert werden von der Bundesregierung, muss man sich, finde ich, schon auch ein bisschen fragen, welche Verantwortung hat die Wirtschaft? RWE, das nur mal zur Erklärung, ist ein riesiger Konzern. Ein riesiger Konzern. Also wenn jemand das finanzieren können sollte, dann RWE. Und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass die Ampel, finde ich, eben sehr widersprüchlich kommuniziert. Es ist ja nicht nur der Kanzler, sondern Robert Habeck sagt, ja, ja, wir brauchen die Veränderung. Christian Lindner sagt, wir brauchen Veränderung, aber bitte anders. Also, hm, hm. Und Olaf Scholz sagt, nee, nee, wir brauchen Besonnenheit. Das heißt, man hat drei gegeneinander laufende Pole von diesen drei unterschiedlichen Regierungsparteien, die zu einer Verunsicherung der Wirtschaft beitragen, die aber zu einer Verunsicherung der Bevölkerung auch beitragen. Und gleichzeitig hat man keine klare Ansage, ja, kommt die Wasserstoffstrategie denn nun? Wird die finanziell weiter hinterlegt oder nicht? Darf ich da noch was hinzufügen? Also, zum Beispiel gab es ja sowas wie blauen Wasserstoff. Der ist nicht ganz so klimaneutral. Da wollte man gerne, dass Norwegen den schön liefert. Jetzt sind die Norweger aber verschreckt, weil es eben hier auf diesem klimaneutralen Wasserstoff man beharrt. Und dann kommt das möglicherweise nicht zustande. Dann andererseits gibt es auch noch so eine Art Regulierungsbarriere. Sie haben das schon angesprochen und angedeutet. Und wenn also jemand sich für grünen Wasserstoff begeistern möchte, ist das auch sehr schwer in diesem Land, oder? Verstehe ich das fast? Ja, aber es geht schon auch. Es gibt schon auch Beispiele, wo es funktioniert. Also zum Beispiel in Schwedt, da gibt es Unternehmen, die tatsächlich da einfach vorangehen. In Hannenburg. Genau, und es gibt Beispiele, wo das anders funktioniert. Ja, sie sind selten, aber es gibt sie. Aber da gehört eben auch ein gewisser Unternehmergeist, ein gewisses Risiko dazu. Und das ist das, was Herr Sturm gesagt hat. Es ist eben in Deutschland nicht besonders populär, in dieses Risiko zu gehen. Und das ist was, was, glaube ich, im Land kulturell nicht besonders verankert ist. Sehr freundlich. Gut, was machen wir damit? Wie ändert man kulturelle Verankerungen? Oder kann man die gar nicht ändern? Wo würden Sie denn anfangen, wenn Sie jetzt politisch was zu sagen hätten, John Kampfner? Also, das fängt immer mit der Politik an. Und in Scholz, ich sehe überhaupt keinen Kapitän der Mannschaft. Ich sehe einen Schiedsrichter. Er hat zwei andere Parteien. Und er muss immer nicht nur zwischen den beiden entscheiden, sondern er spielt immer. Ja, wie kann ich gegen die Grünen ein paar Schritte da vorne machen? Wie kann ich den Wirtschaftsminister Habeck im Stich lassen? Und der liberale Christian Lindner, der Finanzminister, der mit der Schuldenbremse, wovon wir bis jetzt nicht gesprochen haben, für mich, also ein Ungeheuer. So eine Obsession gibt man. Man kann überhaupt kein mehr Geld ausgeben, wenn es wirklich ganz eilig ausgeben muss. Also, es gibt keine Führung hier. Es gibt überhaupt keinen politischen Impuls. Jeder Politiker muss entscheiden, ja, was muss ich machen? Was ist die Richtung unserer Regierung? Sicherlich wird es sofort unpopulär sein, wenn man noch neue Steuern machen oder Reformen machen oder je nachdem. Aber ich werde darauf bestehen und wir werden das führen und nach drei, vier Jahren mal sehen. Aber das macht der Scholz nicht. Naja, und ich meine, es kommt ja hinzu, seine Partei, die SPD, regiert seit 1998 bis auf vier Jahre. Also in den letzten 26 Jahren hat die SPD 22 Jahre lang regiert, hat immer neue soziale Projekte und Wohltaten erfunden. Also Elterngeld, Rente mit 63, Mütterrente kam zwar nicht von der SPD, hat sie aber mitgetragen. Also es wurden immer neue Milliardenprojekte erfunden. Über das hoch umstrittene Bürgergeld will ich jetzt gar nicht reden. Aber da hat die SPD ja nun auch erkennbar kein Profit von gezogen. Und jetzt höre ich jeden Tag, diese Schuldenbremse muss abgeschafft werden. Und ich finde, es gibt Gründe, das zu fordern, weil unsere Infrastruktur wirklich Investitionen braucht. Aber ich traue den politischen Akteuren nicht, weil ich die Sorge habe, dass die Schuldenbremse am Ende gelockert wird, um wieder ein neues Sozialprojekt zu erfinden. Ich nehme mit, es gibt eine große Kritik an diesem Probleme einfach mal mit Geld lösen. Können wir dafür Beispiele sammeln, wo Sie sich was anderes wünschen? Weil Sie wollten ja selber analytisch sein. Was gibt es zum Beispiel in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, wo die Deutschen im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten schlechter abschneiden, für Sachen, wo einfach versucht wird, mit Geld was zuzuschütten, was man auch anders lösen könnte? Naja, ich finde, nochmal, es braucht eine Bestandsaufnahme und eine Vision, wo wollen wir eigentlich hin? Wo soll Deutschland in 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren stehen? Und die vermisse ich. Und ich vermisse übrigens auch eine politische Debatte darüber im Land. Das ist ja auch nicht nur die Aufgabe der Regierung, darüber zu sprechen. Es gibt viele Diskussionen in Deutschland, es gibt viele Demonstrationen in Berlin über alle möglichen Themen, aber über die Frage, wie können wir wieder Wachstum generieren? Und ich meine, jeder, der zum Beispiel Klimaschutz will, muss doch wissen, das wird nicht funktionieren, wenn wir stagnieren. Wir müssen wachsen und die anderen holen auf. Ich meine, Griechenland wächst deutlich stärker, Frankreich wächst, Italien wächst, Spanien wächst. Und dann höre ich immer das Argument, ja, aber wir können ja jetzt nicht mit China konkurrieren. Es geht nicht um China. Es geht, ich fände es ganz gut, wenn Deutschland wieder wettbewerbsfähig wäre mit der Schweiz und mit den Niederlanden. Aber selbst da sind wir weit von entfernt. Was sind die Punkte, Valérie Höhne, wo Sie sagen, da gibt es eigentlich ein Konzept und da sollte man auch weitermachen? Da gibt es in dieser Regierung doch irgendwo einen Punkt, wo mal in die richtige Richtung gedacht wurde? Ja, also die Ampel hat, finde ich, in vielen Punkten mal in die richtige Richtung gedacht und hat dann ganz viel selber sich kaputt gemacht. Also ich finde, ein Beispiel sind aus meiner Sicht die Verbrenner. Ich glaube schon, also die FDP, die liberale Partei beharrt darauf, dass es klimaneutrale Kraftstoffe geben muss und technologieoffen daran gegangen werden muss. Was aber ja in einem Land, wo wir ja vorhin gehört haben, VW, die Elektromobilität seit Jahren verschläft. Ist das wirklich das richtige Zeichen, dann zu sagen, in dem Moment, ja, wir brauchen Technologieoffenheit und wir müssen jetzt auch weiterhin mit unseren Kraftstoffen fahren können? Eigentlich ja nicht. Wenn man sagt, man möchte Rahmenbedingungen schaffen, man möchte ein Ziel vorgeben, man möchte eine Vision haben, dann müsste man sich ja auch daran orientieren und sagen, wir wollen 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen. 20, 30 steht, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag drin, dann müssen wir uns auch darauf fokussieren und nicht wochenlang über eine kleine Nischendebatte sprechen, die dann dazu führt, dass die Autoindustrie auch wieder sagt, naja, brauchen wir jetzt wirklich die Elektromobilität oder schaffen wir es auch anders? Nein, eigentlich müsste man sich darauf fokussieren, wir machen jetzt Elektromobilität. So macht es ja China und China steuert, da lenkt der Staat, da gibt es überhaupt wenig Freiheit. Und wir lassen uns das gefallen und der Kanzler hat erfolglos mit Malta, der Slowakei und Slowenien sich gegen den Plan der EU-Kommission für Strafzäule ausgesprochen. Das ist ein Kuschelkurs gegenüber China. China kofinanziert Russlands Krieg gegen die Ukraine und wir kuscheln mit China und die Bundesregierung sagt, wir brauchen mehr Handel mit China. Nein, die Illusion vom Wandel durch Handel ist mit Russland krachend gescheitert und sie ist mit China auch krachend gescheitert. Und China ist ehrlich gesagt gefährlicher als Russland. Und es wird höchste Zeit, dass der Kanzler auf Abstand geht zu China. Wir brauchen nicht einen Wandel durch Anbiederung, wie der Kanzler das macht, sondern einen Wandel durch Abstand. Und wir müssen unsere Abhängigkeit von China verringern. Die USA haben das erkannt, die Europäische Union hat das erkannt, aber Deutschland bockt. Das war ja mal was. Ich bin völlig auch der Meinung. Ich würde vorschlagen, also was mich einfällt hier in Deutschland ist, es gibt kaum Kultur von Risiken. Von Risiko einzugehen in den Start-up-Szene. Also es ist immer für Ausländer witzig, dass das Wort Schuld heißt, guilty und auch, dass man Kredit nimmt. Also ich war Moderator vor ein paar Jahren in London, eine Konferenz von Start-ups und ich habe ein Interview geführt mit zwei jungen koreanischen, die waren Jungs, also Anfang der 20er Jahre. Und die haben so ein Riesengeschäft gemacht mit Videospielern und ich habe gesagt, ist das ihr erster Versuch, ins Markt zu kommen? Die haben gelacht, nein, das war unser fünfter. Und was ist mit den anderen vier? Also große Lachen und Lächeln, ja, die sind alle pleite gegangen. Und wenn ich mit Deutschland das vergleichen würde, das wäre überhaupt nicht möglich. Ich würde so einen schlechten Ruf im Markt bekommen, keinen mehr Kredit vom Bank und so weiter. Unser Lieblingswort lautet Vorsicht, Vorsicht. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr in der Kritik. Wir könnten uns hier selbst überwinden und bleiben genau nach vorne. Auch mal scheitern, hört hier raus. Investition, ein völlig neuer Anspruch auf Digitalisierung und die Szene und wie kann eine Art von Silikon etwas in Deutschland wirklich bauen. Es gibt eine kleine Szene, eine wachsende Szene in Berlin, besonders auf Gesundheitsstartups und so weiter. Und ein bisschen in München, ein bisschen in Hamburg und so weiter. Aber im Vergleich zu, also es gab vor, wann war das, ein paar Jahrzehnten eine Reklame überall in der Welt von Audi. Und die Reklame lief Vorsprung durch Technik. Und sowas, also Deutschland hat immer noch so einen Ruf, aber das muss in einen neuen Bereich. Aber dafür braucht man Risiken einzugehen. Genau, dann schauen wir uns mal was an, wo zumindest verbal jemand gerne in Vorleistung geht. Die Medien strafen das im Moment eher ab, was die Ampelkoalition macht. Das haben Sie auch hier gerade erlebt. Sie wird für alle Missstände im Land verantwortlich gemacht. Besonders in der Kritik steht der amtierende Wirtschaftsminister und Vizekanzler von den Grünen. Wirtschaftsminister Habeck will die grüne Transformation der deutschen Industrie und muss nun das zweite Jahr in Folge eine Rezession verkünden. Dennoch versucht er sich in Optimismus. Dass die Lage zwar insgesamt nicht zufriedenstellend ist, dass wir sehr wohl Fortschritte verzeichnen können bei der Abarbeitung der Problemlagen. Habeck nennt zum Beispiel die niedrigere Inflation. Das sehen die vielen Kritiker des Grünen ganz anders. Sie machen ihn und seine Partei für alle Missstände im Land verantwortlich. Allen voran die bayerische CSU und ihr Ministerpräsident. Auch in der Ampelkoalition stößt Habeck auf Dauerwiderstand. FDP-Finanzminister Lindner sperrt sich gegen höhere Schulden für mehr Investitionen. Und die Grünen selbst sind in der Krise. Das Führungsduo ist nach Wahlniederlagen in Bundesländern zurückgetreten. Die Spitze der grünen Jugend ganz abgewandert. Die Bevölkerung wendet sich ab. Die Industrie zieht zum Teil nicht mit. Ist der Traum vom grünen Wirtschaftswunder geplatzt? Ich frage mal ganz offensiv, Valerie Höhne, lohnt es sich noch, an einem nachhaltigen Umbau der Wirtschaft festzuhalten? Auch wenn eben die Industrie abwandert, Flügel gestrichen werden, das haben wir vorhin gesehen, Investitionen ausbleiben. Ist das noch ein Ziel, was erreichbar und erreichenswert ist? Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall erreichenswert. Ich meine, wir müssen klimaneutral wirtschaften, auf lange Sicht. Es ist so. Und da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, dieser Umbau ist notwendig, er ist richtig und er ist sehr, sehr wichtig für unsere Welt. Weil wenn wir es nicht schaffen, werden Probleme wie Migration und Ähnliches viel, 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 viel größer werden. Und ich glaube, das ist nach wie vor so. Und auch der Industriestandort Deutschland kann nur erhalten bleiben, wenn Deutschland da mitgeht. Das sieht man ja auch am Inflation Reduction Act in den USA, an China. Diese Länder gehen ja auch mit Programmen voran und werden auf lange Sicht keinen Handel führen wollen mit Produkten, die nicht klimaneutral sind, weil sie die Welt existenziell am Ende gefährden. Aber dann müssen wir eben doch vielleicht gar nicht über Robert Habeit reden, sondern über Christian Lindner und die Schuldenbremse. Das Wort ist ja auch schon mal gefallen. Ich kläre noch mal so ein bisschen für alle, die da nicht so ganz nah drauf sind, auf. Da gibt es ja so zwei Schulen. Die eine Schule sagt, so jetzt richtig Geld in die Hand nehmen, das haben wir in den USA gesehen, und investieren, investieren. Die andere Schule sagt, bitte nicht weitere Schulden machen, was ja für die Investitionen auch nötig wäre, sondern einfach mal alles zusammenhalten. Und wir hatten das ja übrigens ins Gesetz eingebaut, dass es eine Schuldenbremse geben muss. Wo stehen Sie in der Debatte? Also erstmal muss man feststellen, wir machen ja Schulden. Und die Schuldenbremse erlaubt auch Schulden. Das ist ein Missverständnis. In diesem Jahr machen wir 50 Milliarden zusätzliche Schulden. Wir haben auch schon ein paar. Und nächstes Jahr werden auch 50 Milliarden neue Schulden gemacht. Und zwar mit Schuldenbremse. Also die Schuldenbremse erlaubt eine Aufnahme von Schulden, aber sie deckelt sie nicht. Und je schlechter die Konjunktur, by the way, ist, desto mehr Schulden können wir machen. Also der Finanzminister freut sich jetzt in Anführungsstrichen über die schlechte Konjunktur, weil er kann mehr Schulden machen. Bisschen witzig, aber so ist es. Ich glaube, es wird eine Reform der Schuldenbremse geben durch die nächste Regierung. Und ich vermute ja Stand heute, dass Friedrich Merz der nächste Kanzler sein könnte. Vielleicht ist es wie so oft. Es gibt ja dieses Paradigma von Nixon goes to China. Also dass sozusagen immer der unverdächtige politische Reform durchsetzt am Ende. Also Friedrich Merz wäre das in diesem Falle. Er ist jetzt gegen eine Reform der Schuldenbremse. Schröder war gegen Sozialreform. Er hat das dann gemacht als ein Nixon, der nach China gegangen ist. Und Joschka Fischer hat damals den ersten als Außenminister, als grüner Außenminister mitverantwortet, den ersten Auslandseinsatz Deutschlands außerhalb des NATO-Gebietes. So könnte das jetzt wieder, diesem Modell könnte jetzt wieder ein weiteres Beispiel folgen. Und ich halte das für wahrscheinlich. Ich halte es auch für richtig. Aber ich hoffe wirklich, dass es nicht wieder dazu führt, dass wieder eine neue Sozialleistung erfunden wird. Das ist der Punkt, wo Sie vielleicht auch was dazu sagen können. Denn Sie haben ja auch über die psychologische Dimension am Anfang gesprochen. Die Leute müssen ja mitgehen. Sie sagen, die Stimmung geht von der Politik aus. Aber wenn es das Gefühl gibt, Krankenkassenbeiträge werden teurer, Pflegeversicherung wird teurer, Medikamente, Mangel, alles wird teurer. Und wir haben von Inflation gesprochen. Die ist zwar jetzt runtergegangen, aber die Leute spüren es nicht. Dann wäre das doch auch eine Baustelle. Was gehört da dazu, im Prinzip, um so ein grünes Wirtschaftswunder noch zu realisieren? Was muss man auf dem sozialen Sektor machen? Oder ist das zu viel in Deutschland? Aber ohne Lösungen anzubieten, ich muss auch noch ein Problem. Ach nee. Das heißt Verteidigung. Ja, gut. Weil wenn Trump die Wahl in den Staaten gewinnt, dann wird es ein Riesenproblem. Nicht nur für Ukraine, aber auch für Europa, NATO, EU und so weiter. Aber auch bei Harris, die Amerikaner mit Recht, mit völlig Recht, wollen nicht ganz Europa immer Geld auszugeben, zu verteidigen. Sie gucken auf Europa, die sagen, Leute, ihr seid reiche Länder. Aber ihr müsst also die Verantwortlichkeit nehmen. Und zwar kurz gesagt, man muss, und ich bin völlig mit Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, dran. Man muss, die Deutschen müssen viel, viel mehr Geld, nicht nur für Ukraine, aber mittel- und langfristig für ihre eigene Verteidigung ausgeben. Wo nehmen wir das? Wo machen wir es raus? Also Subventionen für die Wirtschaft nicht mehr in dem Maße. Also ich will es jetzt mal wirklich runterbrechen. Weil es gibt ja, und das ist wiederum Habecks Thema, der Vizekanzler, der ja auch selber vermutlich für die Grünen der Kanzlerkandidat sein wird, der geht ja die Linie, jetzt mal wieder Geld in die Hand und dann subventionieren wir eben bestimmte Projekte, die in diesen Traum vom grünen Wirtschaftswunder passen. Ist das gerechtfertigt? Tja, also ich bin kein Psychologe. Ich weiß überhaupt nicht, wie man, was, ob es mit Sozialmedien, ob es mit Truth Bubbles und so weiter, wie man Leute wirklich im Ernst über diese Probleme, über diese Prioritäten sprechen soll. Vielleicht müssen wir daran gewöhnen, ein bisschen weniger, also ein bisschen ein niedriger Niveau. Aber ich bin immer Optimist und ich denke, dass es gibt sehr, sehr viele Perspektiven und Möglichkeiten hier, wenn die Deutschen viel präziser auf neue Technologie investieren können. Sie haben das schon beim Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Es gibt sehr, sehr viel beim Inflation Reduction Act. Das war so ein kluger neuer Gesetz und Initiative. Und wo ist die europäische Äquivalenz? Wir haben ja auch Wachstums, das hat Daniel Friedrich-Sturm gesagt. Es gibt diese Initiativen von der Bundesregierung, es gibt sie auf europäischer Ebene nicht so. Aber daran muss man denken. Ja, das stimmt. Aber dann würde ich die Frage an Sie nochmal geben. Diese Klimaschutzverträge, die es gibt, da soll es um 2,8 Milliarden Euro gehen, die man den Unternehmen gibt, die selbstständig praktisch Treibhausgase reduzieren. Ist das ein Modell, mit dem wir weiterkommen? Also kann da das Geld reinfließen? Ist das eine Subvention, die sinnvoll ist? Oder angesichts der ganzen anderen nötigen Ausgaben lieber weniger an die Unternehmen, weil die können selber laufen? Ich glaube, was sehr interessant ist, ist das, was Herr Sturm auch gesagt hat mit dem Sozialstaat. Der Sozialstaat in Deutschland ist extrem groß und das ist der größte Haushaltsposten. Da fließen extrem viele Milliarden rein. Was davon könnte man verschlanken? Es ist eine große Frage, weil es wird immer einen gesellschaftlichen Backlash darauf geben. Beispiel Elterngeld. Als das Elterngeld gestrichen werden sollte für Gutverdiener, wirklich für Gutverdiener, gab es einen unglaublichen Backlash in diesem Land. Von sehr gut organisierten, privilegierten Eltern. Absolut. Ich muss sagen, diese Debatte hat mich wirklich viele Nerven gekostet, weil ich, na gut, egal. Ne, nach vorne, genau. Wo lohnt es sich? Wo lohnt es sich? Und da ist schon die Frage, glaube ich, man kann sich die Rente anschauen, die, glaube ich, wichtig ist, wo extrem viel Geld reinfließt. Und ob diese Stabilisierung des Rentenniveaus, wie die SPD es ja jetzt möchte, ob das tatsächlich dazu führt, dass psychologisch die Menschen beruhigter sind, ich habe da zumindest ein Fragezeichen. Sollten wir da nicht ehrlicher werden und sagen, es gibt nun mal einen Generationenwechsel, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, es gibt da eine große Lücke, ja, die Beiträge müssen vielleicht auch ein bisschen steigen, aber muss man da nicht vielleicht mehr auf private Vorsorge setzen, muss man da nicht mehr auf Privatkapital setzen, gerade von der immer noch starken Mittelschicht, oberen Mittelschicht und Oberschicht in Deutschland. Und braucht es nicht eine Steuerreform, es braucht aus Sicht von allen übrigens, auch von der CDU, eine Steuerreform. Und das sind aber alles Themen, die Investitionen in die Wirtschaft, die Sie angesprochen haben, wo genau will man punktuell investieren und wo genau will man subventionieren, das sind alles Themen, die man in dieser Koalition nicht mehr klären kann. Das ist Ihr Fazit von allen dreien? Das schleppen wir jetzt also, bis es dann Wahlen gibt, wann auch immer die Stadt finden, schleppen wir mit uns rum. Und darüber hinaus, die Wahlen finden ja wahrscheinlich im September kommenden Jahres statt und die nächste Regierung zu bilden wird ein sehr schwieriger Akt. Das wird nicht drei Wochen dauern, das wird eher drei Monate dauern, vielleicht sechs Monate. Also vielleicht haben wir die Ampel noch im März 2026. Das ist für mich eine Horrorvorstellung, aber es könnte tatsächlich sein. Und umso mehr. Und ich bin sehr gespannt, oder wie wir alle ja wahrscheinlich wie am 5. November die US-Wahl ausgeht. Und Sie haben es ja vorhin angesprochen. Wenn Trump gewinnt, muss Olaf Scholz der Anführer des politischen Westens in dieser Welt sein. Weil da ist sonst niemand. Kaum vorzustellen. Das ist schwer vorzustellen, wo er schon seine Ampelkoalition nicht führt. Aber im Grunde ist es die Erwartung an Deutschland. Und das heißt natürlich auch, wir haben es ja vollkommen richtig gesagt, Wir müssen natürlich viel, viel mehr machen, was die Bundeswehr angeht. Pistorius macht ja einiges. Sorry, aber das wird alles nicht funktionieren in dieser Regierung. Und deswegen bin ich jetzt wirklich inzwischen der Meinung, dass man sich überlegen muss, ob man nicht Neuwahlen macht im März. Um das sechs Monate vorher zu haben. Nach der nächsten Montagswahl in Hamburg. Würde Ihre Horrorvorstellung nicht wahr werden, dass die Ampelkoalition im März des nächsten Jahres noch besteht. Aber Neuwahlen würden ja die ganzen Diskussionen nicht unbedingt nach vorne bringen. Und da hätte ich jetzt schon noch gerne so eine Orientierung. Wenn die Industrie sagt, wir brauchen Investitionsboom, muss man das auf jeden Fall mitmachen, egal welche Regierung man führt. Oder an welchen Stellen, wenn wir die Debatte ernster führen, An welchen Stellen sollten wir uns neu erfinden? Naja, wir müssen erstmal, ich habe es ja schon gesagt, wir müssen erstmal sagen, wo wir hinwollen. Und was wir wollen. Das Modell, das bisherige Modell, das Modell Merkel-Scholz. Wir lassen die Sicherheit durch die Amerikaner garantieren. Wir nehmen den billigen Strom aus Russland. Und wir lassen uns mit China auf Handel ein. Und Bangladesch macht die T-Shirts für uns. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Bei Russland ist es schon gescheitert, bei China wird es scheitern. Und die Länder, die jetzt für uns zum Beispiel Kleidung herstellen, werden das auf Dauer auch nicht machen. Im Übrigen, das ist ja eine sehr kolonialistische Haltung. Ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Also wir machen Sabbatical und Vier-Tage-Woche und haben den Anspruch auf 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. Die Unternehmen gehen von Baden-Württemberg in die Schweiz, weil sie da bessere Bedingungen haben. Und wir lassen die sogenannten Länder, die in der Entwicklung sind, die billigen Produkte für uns herstellen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, zumal diese Länder ja erhebliche Zuwachsraten haben und wir stagnieren. Welche Spielräume hat die Politik, um zum Beispiel so eine Dauerfrage wie hohe Energiepreise zu bewältigen? Also ich sehe Möglichkeiten, also ich bin kein Wirtschaftsexpert, aber ich sehe Möglichkeiten wie in den USA. Also wenn man auf die USA anguckt, die Infrastruktur ist schrecklich. Also die Flughäfen, Straßen, es gibt überhaupt keine richtige Bahn zwischen New York und Washington und Boston und so ist es. Aber sowieso, Wachstum ist immer höher als bei uns, wegen verschiedener Sachen. Universitäten, Recherche, Investition, Start-up-Szene, ich werde nicht sagen wegen niedrigerer Steuer, das ist eine ideologische Frage, aber Investition auf bestimmten Sektoren, die auf die Zukunft angucken. Was hier nicht und überall in Europa nicht betrifft. Und das müssen, damit muss man anfangen. Also meiner Ansicht nach muss man in Digitalisierung investieren und in klimaneutrale Wirtschaft, in klimaneutrale Industrie, in Stahl, in Wasserstoffen. Und in Bildung. Und in Bildung. Diese ganzen Dinge und das müssten die Volksparteien machen. Die Volksparteien sind nach wie vor, was die Mitglieder angeht, zumindest die Union natürlich und aber auch die SPD. Und dass die SPD es quasi nicht schafft, diese Veränderungen zu kommunizieren in einer Art und Weise, die Sicherheit ausstrahlt, weil das ist, glaube ich, das größte Manko. Weil wenn die Grünen es sagen, dann sagen eben alle, das sind Besserverdiener, die privilegiert sind und die haben überhaupt keine Ahnung und die können das nicht. Und das haben sie bei mehreren Fehlern, aber vor allem auch beim Heizungsgesetz, das ich ja schon angesprochen habe, auch gezeigt. Das heißt, eigentlich braucht es die Union und die SPD hier. Eine große Koalition, höre ich heraus, wäre eine... Nein, 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 da bin ich absolut nicht dafür, aber wofür ich schon bin, ist, dass die Volksparteien diesen Anspruch, Orientierung zu geben, auch tatsächlich erfüllen. Also ich bin für eine große Koalition und ich glaube auch, dass sie nach der nächsten Bundestagswahl kommen wird. Die CSU will ja sogar eine Koalition mit den Grünen ausschließen, was ich für falsch halte, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es wird dazu kommen. Und ich glaube auch, dass Union und SPD, Valérie Höhne hat es gesagt, das sind Volksparteien, die sind weniger an Klientelinteressen orientiert als FDP und Grüne. Ich formuliere es mal diplomatisch. Und ich glaube, dass die sich auf einige Dinge verständigen könnten. Und dann wird man sagen, Herr Merz oder wer auch immer dann da das Sagen hat, wird sagen, wir müssen einen Kassensturz machen und die Lage ist ja noch viel schrecklicher, als wir erwartet haben. Und dann wird man sich auf einige Dinge verständigen können. Das stimmt, da bin ich absolut dabei. Also Friedrich Merz wird auf seine Ministerpräsidenten hören und sagen, ja, Herr Söder, sorry, nee, also wir müssen die Schuldenbremsenreform jetzt doch machen. Und wir machen das nur für Investitionen und für Verteidigung. Und das heißt, dass es eben, die Sozialprojekte würden aus meiner Sicht bei einer unionsgeführten Regierung auch ausgeschlossen. Wie viele Jahre geben Sie uns, John Kampfner, bis wir wieder ein Bollwerk des Anstands und der Stabilität sind? Es gibt, es gibt also, wenn man optimistisch ansieht, es gibt eine Möglichkeit, einen Neustart hier zu machen. Fünf Jahre, zehn Jahre? Na gut, also mit, man kann nicht vorhersagen, aber mit einer neuen Regierung, dann kann es. Das war das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, wir müssen diskutieren. Ihnen fürs Zuschauen. Schreiben Sie uns bei YouTube und bis bald bei Auf den Punkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.